Das ist hinter mir, das ist der Speedy. Er ist ungefähr fünf Jahre alt und er ist eigentlich nicht immer so scheu. Er ist einfach ein sehr misstrauischer Fremden gegenüber, aber ansonsten eigentlich eine liebe Katze. Und jetzt ist er zum zweiten Mal im Tierschutzheim gelandet, vor ein paar Tagen, und deshalb ist er jetzt wieder so schüch einfach, weil jetzt wieder alles viel neu ist und weil es wieder Fremde sind. Also abgebrochen ist, weil er unsauber war, aber normalerweise machen jetzt die Katzen aus Protest, also das heißt, das wird ihm nicht gefallen an dem Platz. Er war zu gestresst oder er ist in der Wohnung gehalten worden, vielleicht will er auch einfach lieber raus. Aber Katzen normalerweise sind unsauber, wenn sie nicht glücklich sind. Das ist einfach die einzige Möglichkeit, wo sie kann sagen, so, das passt mir nicht, irgendwie protestieren. Ich finde es wäre besser, wenn er raus könnte. Vielleicht wäre das jetzt der Grund, wieso er unsauber war, weil er einfach hätte in der Wohnung geblieben. Also wäre schön, irgendwie mit Garten, Familie, älteren Leuten, ist eigentlich ganz egal, jemand, der sich einfach gut um ihn kümmert. Auch wenn er kimseinoler want, okay? Der sich einfach um ihn kümmert.